Guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich habe am 1. September 2013 erneut eine öffentliche Kundgebung geplant, die in Frankfurt am Main auf der Zeit in der Konstablerwache stattfinden soll. Sobald ich die Genehmigung halte, werde ich in YouTube auch über das Thema der Veranstaltung hinweisen. Ich weiß, viele haben mein Video über meine Veranstaltung in Offenbach am Main am 30.06.2013 gesehen. Und auch ohne Worte verstanden, dass die Muslime nicht bereit waren, mich auch nur einen Satz ausreden zu lassen. Also, in ihren Augen ist der Koran perfekt, Mohammed ist perfekt. Sie glauben unerschütterlich daran, dass jedes Wort, was im Koran steht, direkt von Gott kommt. Es gibt in ihren Bereichen keinen Raum dafür, dass Demokratie sich jemals dort niederlassen kann. Es ist für jeden Propheten sehr schwierig gewesen, den Willen Gottes mit den Menschen zu verbinden. Ich glaube, es gab keinen Propheten, der zu seinen Lebzeiten von den Menschen angenommen wurde. Ich tue dies, den Willen Gottes zu verkünden, nicht wegen den Menschen, sondern weil ich Gott liebe. Gott ist unsere Zukunft und er wird entscheiden, was richtig und was falsch ist. Aber wie wir wissen, wir haben verschiedene Meinungen, Ansichten in unserer Gesellschaft, überall. Selbst zwei politische Parteien können sich nicht über einen Punkt einigen. Aber dort, wo es Frieden gibt, gibt es auch freie Aktionen. Und dort, wo man die Freiheit der Menschen beschneidet, kann man auch keine freien Handlungen erwarten. Ich kann mich glücklich schätzen, dass Gott mir die Mission gab, in einer Zeit, in der ich an einer Demokratie lebe. Und danach musste ich die Hälfte meines Lebens erfahren, dass ich in einer Sklaverei gelebt habe, in der ich auch wie ein Sklave behandelt wurde. Ich musste meinen Mund halten. Jedes Wort brachte mich in die Gefahr des Todes. Und trotz der Gefahren, die mir in den islamischen Ländern drohten, habe ich immer das Risiko auf mich genommen, dass ich jederzeit halt umgebracht werden kann. Das brachte mich dazu, dass sie mich fast tot schlugen. Und ich kann mich glücklich schätzen, dass ich immer noch lebe. Man hat mich vor das Gericht gestellt und zu 14 Jahren ein Gefängnis verurteilte. Und ich war der glücklichste Mensch, dass es mir gelang, aus diesem Land zu fliehen. Und heute lebe ich in dem wunderschönsten Land, das einem Paradies gleichkommt, Deutschland. Meine Mission besteht aus zwei Elementen. Mein erstes Element besteht darin, dass ich die Menschheit wissen lassen muss, wie die ideale Welt Gottes hier auf Erden verwirklicht werden kann. Ich sollte die Menschheit erfahren lassen, was ich über Gott weiß. Was ich über ihm beobachtet habe. Und was meine Erfahrungen mit Gott sind. Und das ist die Basis. Je mehr wir über Gott wissen, desto mehr können wir auch unsere eigene Grundlage mit ihm errichten. Das habe ich seit 40 Jahren getan und ich habe Seminare über Gottes Wesen abgehalten. Gott hat mir sehr klar vermittelt, dass in seinem Königreich keine Religion existiert. Ein Großteil der Menschheit weiß nicht, dass die Religion durch die Engel inspiriert wurde. Und dies war notwendig, weil die Menschen auf ein sehr niedriges geistiges Stadium zurückgefallen sind, weil sie ihre Verbindung mit Gott verloren haben. Und ich muss sagen, die Religion ist mit Sicherheit nicht die Bestimmung für die Menschheit. Wir brauchen eine individuelle Freiheit, in der jeder sagen kann, was er fühlt und denkt. Es sollte Kritik geben und wir sollten tolerant genug sein, diese uns anzuhören. Fernsehen, Medien und Radiostationen sagen, ich bin ein selbsternannter Prophet. Und viele Menschen vertreten diese Ansicht. Und auf der anderen Seite sagen, die Muslime über mich, ich sei Satan. Egal welchen Titel man mir aufdrückt, das gehört zur Meinungsfreiheit, das akzeptiere ich. Und auch gleichzeitig weiß ich als Mensch, dass ich Gott getroffen habe. Ich wäre der dünnste Mensch, wenn ich im Namen Gottes lügen würde. Und damit mein geistiges Leben in Zukunft zerstöre. Wenn ich Gott nicht getroffen hätte, dann wäre es mir heute ein Vergnügen, in finanzieller Unabhängigkeit mein Leben zu führen. Ich stehe auf einer guten Grundlage. Und ich lebe nicht davon, dass ich meine Bücher verkaufe. Niemand wird reich, nur davon, dass er seine Bücher verkauft. Ich offenbare diese Botschaft Gottes. Und gleichzeitig öffne ich der Menschheit die Augen, worin die Gefahr in Zukunft besteht. Das zweite Element, dessen Grundlage meine Mission steht, ist die Tatsache, dass Gott Deutschland als außerwählte Volk ernannt hat. Sind sich die Deutschen überhaupt klar, dass sie ein außerwähltes Volk Gottes sind? Nicht wirklich. 2000 Jahre ago, also Israelites do not know, that they are chosen countries. Auch vor 2000 Jahren waren sich die Israelis nicht darüber bewusst, dass sie das außerwählte Volk Gottes sind. Und als der Messias kam, haben sie ihn abgelehnt. Sie haben ihn gekreuzigt. Das war auf keinen Fall der Wille Gottes. Jesaja hat zwei Offenbarungen für den gleichen Propheten hinterlassen. Entweder das Königreich Gottes oder die Kreuzigung. Die Menschen haben die zweite Wahl getroffen und den Propheten gekreuzigt. Und Israel wartet heute immer noch auf den Messias, dass er erscheint. Wenn sie ihre Augen dann öffnen würden und nicht blind wären, könnten sie erkennen, dass das Christentum zur stärksten Religionsgemeinschaft erstarkt ist und Jesus ihr Messias war. Nun hat Gott mir aufgetragen, die Islamisierung in Deutschland und Europa aufzuhalten. Wenn diese Islamisierung erfolgreich ist und ein Gottesstaat in Deutschland errichtet wird, dann verliere ich dadurch die Möglichkeit, das Königreich Gottes aufzubauen. Dort wird es keine Meinungsfreiheit mehr geben. Dort wird es keine Freiheit unter der Scharia geben. Und jeder, der es wagt, sich vom Islam abzuwenden, wird umgebracht. Die Rechte der Frauen würden dem Erdboten gleich gemacht. Was immer Mohammed eigensüchtig im Namen Gottes in den Koran eingebracht hat, was eigentlich von ihm stammt, das wird diese Welt, diese Gesellschaft zerstören. Heute arbeiten die Engel mit den Menschen, aber sie sollten sie auf keinen Fall dominieren. Und unter all den Religionen ist der Islam die gefährlichste und die am weitesten gefallenste Religion. Der Islam selber sagt immer, sie seien eine friedliche Religion. Aber die Realität ist, dass wir es mit der gefährlichsten und kriminellsten Religion zu tun haben. Wenn wir uns den Koran angucken, dann benutzt Mohammed das menschliche Schild und spricht über den Frieden. Und wenn wir uns dann seinem Leben zuwenden und uns ansehen, was er getan hat, dann hat er Menschen massakergleich umgebracht. Er hat keiner Religion die Freiheit zugestanden, als er an die Macht kam. Sein gefährliches Leben kann man gut in der Hadith nachvollziehen, denn er wollte diese Welt durch Gewalt beherrschen. Sobald ich die Genehmigung halte für meine Kundgebung am 1.9. in Frankfurt am Main, werde ich euch wissen lassen. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ich danke für die Aufmerksamkeit.